Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gears 5 mit Niko. Ne, sind wir nicht von da gekommen? Ne, wir müssen da hin. Offenbar sind wir das nicht, ok. Überraschen wir sie. Überraschen wir sie. Sehr gut, Niko, sehr gut. Leider wurdest du dabei entdeckt. Ne, doch nicht. Ne, ich glaube nicht. Nice, Niko. Ok. Also da, kann man hier pingen oder so? Da ist einer, da ist einer. Guck mal, da ist noch einer, hab ich gesehen. Da ist auch noch einer. Den kann ich jetzt aber auch anpingen. Sieht der das, wenn ich mich von hinten anschleiche? Sieht das einer? Ne. Wie kann ich mich überhaupt anschleichen an den? Einfach hinter ihn laufen. Und das merkt keiner von denen? Was sind das für Lutscher? Und wie mach ich denn den? Äh, F. Okay, das. Mir wurde nicht angezeigt, dass ich ihn hätte töten können. Das war skandalös. Geil, was ist das? Geil. Ja. Bin am Brunnen. Du bist am Brunnen? Scheiße. Ich verblute ihr. Nein, warte. Nein, aber mal ein bisschen für nix Munition. Lieber, wir haben ein Problem. Ja, du hast verkackt. Nur ich bin da mein Brust verkackt. Du hast mir nicht gesagt, dass du zu dem gehst. Du hast doch gesehen, wo ich hingehe. Ja, aber erst als du oben warst. Meine Erwartung schon längst tot. Ja, ich musste ja aber später. Ich konnte nicht so schnell reagieren. Du hattest doch alle Zeit der Welt. Ja, die Welt dreht sich halt sehr langsam. Ja, richtig. Also hattest du sogar noch viel mehr Zeit. Ne, so viel Zeit habe ich nur, wie sich die Welt dreht. Ich bin da am Boden, aber... Macht nix. Jetzt bist du tot. Okay, dann bin ich auch tot. Kommunikation, Nico. Du hast nur gesagt, wir reden viel zu wenig miteinander. Ja, ich habe doch kommuniziert. Du hast gesagt, ja, einfach hinter ihn laufen. Ja, und dann F. Ja, aber das mit dem F kam auch viel zu spät. Und er hatte sich ja eh schon umgedreht. Jetzt kommt der eine, kommt gleich her. Wir müssen warten. Ich schalte es jetzt neu aus. Ja. Okay. Ja, ich habe keine Munition, für nix. Also für die normale Waffe habe ich Munition, aber das ist ja wohl nicht. Soll ich mich das machen? E? Muss ich E drücken? Ja, dann hol sie ihn ran. Und dann F. Und dann F. Habe ich. Oder nicht entdeckt. Es geht um dich. Nice, Nico. Das war smart. Hat ich hier vorhin gedreht? F. F. Nee, nee, nee. Doch, 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 doch. Guck, 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 der ist tot. Sehr gut. Alles gut, alles gut. Okay, nimmst du. Ich nehme den oben. Nee, warte, der oben dreht sich gerade um. Lass mal bitte warten, weil der... Okay, ich weiß nicht, wann der sich umdreht. Na, ich glaube, der hier vorne bewegt sich nochmal. Okay, der steht da. Ich weiß halt nicht, wann so die Cycles von ihm sind. Wir müssen erst mal beobachten. Okay, wir beobachten nicht. Alles klar. Okay, der oben, äh, unten bewegt sich. Guckt jetzt weg. Okay, unten ist tot. Ich weiß nicht, ob man hier schießen kann, oder dass sie das merken. Ist T. Was habe ich auf T? Hey, kannst du mal den Impuls machen? Okay, da sind noch ganz schön viele. Wie sollen wir das denn schaffen? Unrealistisch as fuck, Junge. Okay, kann ich? Weißt du das? Okay, ich mach einfach. Okay. Okay, der ist auch down. Okay, perfekt. Oben, 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 sind... ...drei Stück. Und besten erst den oben und dann den da drunter, ne? Oder was sagst du? Oh Gott, hoffentlich sieht er mich nicht. Wo bist du denn? Ach, da. Aber ich kann dir sagen, ich seh dich auch sehr schlecht. Oh Gott, da kommt noch ein dritter. Der, der von hier ganz unten, ne? Hm. Aber ich glaub, der bleibt da stehen. Don't move. Okay, das nächste Mal, wenn der sich hier nach hinten bewegt, gehe ich nach oben. Oh Gott. Nein, 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 okay. Ärgerlich. Hey, ein Aufseher. Ein Aufseher. Keine Muni mehr. Der kommt zu dir. Toll, danke. Was? Jetzt genau in dem Moment. Okay, Helm ist weggefloat. Ähm. Bitte nicht. Hüi. Ja, war mal gleich. Ich hoffe. Also, es hat mir fast tot, ja. Komm, zeig uns ein schönes Küppchen. Hey, was soll ich? Boah, Alter. Hilfe, wo bin ich? Still alive bitch. Schön. Ja, easy. Suchen wir nach Kühltechnik. Jetzt suchen wir erstmal nach Munition. Aber hier ist wahrscheinlich keine mehr, weil die weg ist. Gut. Weil die ganzen Gegner haben nur was fallen lassen oder nicht. Ja, aber manchmal auch. Hier, 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 hier. Manchmal auch andere Munition. Oben waren rote Kisten, ne? Äh, eine habe ich runterholen lassen. Was ist denn runterholen lassen? Nigo. Du, alter Schlawiner, du. Naja. Oh, hier ist Longshot Muni, das ist gut. Geh nämlich mit. Ultimatives, ob gerade, Blitzeis. Wo ist das? Was ist denn? Blitzeis. Und am Blitz. Blitzeis. Achso, da hat er jetzt einfach Eis noch mit dazu, oder was? Ne, das ist die letzte Stufe davon. Dass der jetzt Gegner einfriert. Wenn wir das aktivieren. Hä? Hä? Bei mir wird es nicht angezeigt. Gar nichts. Also bei mir wird nur Blitz, also nur das Blitz angezeigt. Ja, du musst da recht im Austausch drauf, Mann. Ah, ja. Achso, aber wir müssen das andere auch erst mal freischalten, ne? Ne, ne, also das ist jetzt schon aktiv. Achso. Aller Katzenfresser halten. Dummspastis, ey. Das sind immer hier Nerven. Die legen da eine ganze Wohnung. 100 Quadratmeter, aber müssen immer da sein, wo ich auch bin. Die mögen dich. Ja, die sind woanders spielen. Wohin? Wie? Hä? Es wurde geportet. Hä? Willst du schon raus? Okay. Bin ich. Das ist von Nachlern hier. Scheiße, geht nicht. Jetzt lad nach. Wie doch. So. Oh. Daheimlabor. Ich glaube immer noch, dieses Kondorabschutzsignal. Ja, wir können ja jetzt nochmal da hinfahren. Meinst du jetzt? Vielleicht geht es ja jetzt wieder. Ich glaub's. Ich glaub's auch nicht, weil du hast es kaputt gemacht. Und was du kaputt machst, das geht nicht mehr. Kate, wir wissen doch nichts. Vielleicht gibt es eine total harmlose Erklärung für das alles. Glaubst du das wirklich? Ich glaube an dich. Alles klar. Und was ist hier denn? Wenden. Weil du bist nämlich der Nummer 1 kaputtmacher. Aber hallo. Man kann nicht auch buchen unter kaputtmachen24.de. Ja, zum Richtfest auch. Ist aber eher scheiße. Ist eher scheiße, wenn du alles kaputt machst, ja. Ja. Vor allem bei einem Richtfest. Geht bestimmt immer noch nicht. Also ich kann es hier plötzlich aussehen. Ja. Hast du toll gemacht, Nino. Du? Du hast das kaputt gemacht. Bei dir ist das passiert. Ja, eigentlich bei dir. Du hast ihn nur darauf angesetzt. Immer einmal mehr. Trotzdem hast du ihn darauf angesetzt. Auch wenn du immer einmal mehr sagst. Nein. Ich habe Beweise. Ja, welche denn? Alle. Nimmst du das jetzt auf, oder was? Willst du mir das jetzt damit sagen? Das verrate ich dir doch nicht. Das sind alles meine geheimen Archive. Ja. Werde ich alles drücken, die ich verwende. Krass. Du hast mir gesagt, du löscht meine Stimme da raus. Im kommenden Rechtsstreit werde ich das benutzen. Ja, super. Alles schon geplant. In welchem Rechtsstreit? Ja, das muss man nur überlegen, den Grund. Ah, hier waren wir genau. Ich liebe das Hei. Ich nicht. Na gut, dann zünden wir den Phosphor mal an. Wie war das? Ach hier. Zünden mal, ne? Äh. Sie sind dabei, das Tal zu verlassen. Eine Rückkehr ist nicht möglich. Zurück gehen oder verlassen. Ja, wohl verlassen. Gut, ich glaube, wir hatten ja soweit alles. Bis auf... Bis auf Condor, ja. Es heißt Phosphor. Ja, na schön. Es braucht also Sauerstoff und Wasser. Ja? Tja, wir setzen es einer Riesenmenge Eis aus. Also... Sauerstoff und Wasser? Ja. Hm. Das wird schon. Und woher weißt du das? Thermodynamik. Na, Reaktionskinetik. Kann mir mal jemand verraten, wann die Chemiestunde vorbei ist? Das wird schon. Das wird schon. Na los. Komm schon, komm schon. Und über einen Schritt zurück. Sicherheit geht vor. Und wir fallen durch. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Und tschüss. Oh Gott. Juhu. Warum ist hier so eine fette Höhle drunter? Warum nicht? Ja, wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Ja, hier. Nee, hier ist Eis. Aber dazwischen muss doch noch Wasser sein. Ja, wann ist denn Eis? Ja, aber hier zwischen. Hier ist doch eine Höhle jetzt. Ja, nee. Als ob das Phosphor uns hier eine Höhle mit Gang gemacht hat. Also ich bitte nicht. Ja, natürlich. Alter, diese Katzen. Ja. 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 Geil. Durch die EU. Oh, hier hier. Hier, hier, hier. Weg, 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 weg. weg weg ja warte mal hier unten ist auch noch dass man dann ist vielleicht sicher dass sich aber anders darauf zu schießen ist schon eine super idee ja dann explodiert wir können durch laser durch da kann man nichts machen das leuchtet einfach nur links dann bist du ja ich dachte schon jetzt aktivierst du endlich was bringt uns das denn sachen ich bin drüber gesprungen krass aber hallo ja so ein aus tür ist auf nein wenn hier sich der kaste goldbarren der welt auf uns wartet weiß ich auch nicht ich wurde gestochen du regst dich so auf wegen dem nadelstich ich habe empfindliche hände ordentliche identifikation ist für den einlass erforderlich der zutritt wurde verweigert bittsch lass mich mal rein zutritt gewählt oh nein warum gibt es den auch hier das ist doch claptrap das scheint jetzt nicht besser zu sein wenn du an der lampe festhengst minderwertige mülltonne naja wir fühlen uns schon mal alleine hier durch kein thema ich glaube wir brauchen ihn